Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together! Blödergrafter mit dem lieben Sira Kumori! Hallo! Wir sind wieder da! Und der verschnupften Salome noch! Wunderbar! Jep! Oh mein Gott! Macht nix! Ist da mit mir? Ja! Was klingt? Achso! Maschinenoptimierer! Dafür brauche ich noch einen Schalz. Ist ja der Ausgang! Nein! Uranstab! Uranstab! Kann ich ja einen Uranstab herstellen? No! Nop! Shit! Das heißt für uns, wir müssen jetzt eine Rakete in die Luft jagen! Wo wie denn? Ja, eine Uranrakete! Eine Uranrakete! Aber vorher brauchen wir Legierung! Wir könnten auch dringend eine neue Regierung gebrauchen! Ja, das sowieso! Die Legierung! Ja, ich weiß! Nur eine... 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 Eine Legierung haben wir! Aber ich glaube wir brauchen... Ne, wir brauchen eigentlich nur eine Legierung! Ich habe noch ein bisschen was zu Essen geerntet! Suppiduppi! Äh... Uran brauche ich zweimal! Und was war es noch? Ich will es einfach nicht merken! Ach ja, genau! Der Stab! Der Stab der Weisen! So... Achso, wenn meine Stimme zwischendrin versagt, nicht wundern! Ist halt so, ne? Ist halt so! Kann mir nicht enden! Ne! Was brauche ich noch? Ich brauche doch noch eine Superlegierung zweimal! So... So... Was wie? Wann jetzt? Was weiter? Brauche mal Superlegierung zweimal! Alter, ich habe so scheiße viel gemacht, ne? Ja, ist alles verbraucht! Alles weg! Alles weg! Alles weg! Alles weg! Alles weg! Alles weg! Ist ein normaler Sturm! Langweilig! Cool, interessant! Pfff! Ich brauche keine Sau! Jo! Da sind doch Samen drin, ne? Was soll ich denn nun machen? Superlegierung habe ich doch gesagt! Zweimal! Du willst bauen? Ich darf dein Zeug sammeln! Achso, deswegen haben wir da die Samen drüber! Oh... Was brauchen wir eigentlich für dieses... ...Nahrungsding, ne? Nahrungsding... Nahrungsding... Wolle ich nicht bauen! Das würde ich bauen! Pflanzenröhre! Magnesium, Silizium, Aluminium, Wasser! Haben wir die Sachen nicht mehr da? Weiß ich nicht, es geht mit dem... Warst du schon im Aluminiumgebiet? Nein. Oh, da geh ich grad hin, weil ich Aluminium suche. Aber nimm dir nicht alles, sonst kann ich keine Dinge machen. Nee. 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 Ich brauch das halt nur für die Pflanzdinger da. Ich hab doch jede Menge Pflanzdinger schon gebaut gehabt. Aha. Ja. Ist doch da auch schon der Spruch ausgegangen. Wir haben ja alle neben deinen Pflanzdingern ausgebaut. Boah, ich hör kaum was. Hier ist lautsteckt grad. Oh, jetzt kommen doch welche Sachen runter. Oh, nice. Toll. Einschlag. Ich bin tot. Ne, geil. Wow. Ich flieg los, weißt du, und krieg direkt aufs Maul dafür. Das ist so recht nicht wahr. Ja, ich flieg los und mir passiert gar nichts hier. Bei mir sind die Scheißdinger zielsuchend. Ich merk's. Ich suche nur mit dich. Das ist unfassbar. Ich mach keinen Schritt mehr draußen, wenn die Dinger runterkommen. Das ist bei mir nie ne gute Idee. Ich krieg schlecht nicht was ab. Das ist in meinem Privatspielstand passiert mir gar nichts. Ist doch echt nicht wahr. Was kommt runter? Oh, Eisen. Naja, das Grundgelumpfer halt. Naja. Nichts Scheiß. Huiiii. Meinst du jetzt die Dinger hier, wo du Essen einpflanzen kannst oder da wo die Blümchen einpflanzen kannst? Da wo die Blümchen einpflanzen kannst. Und wo? Außer hier unten das? Draußen. Weißt du was? Ja, ich hab da irgendwie drei oder vier Stück hatte ich hingesetzt. Ja, wir brauchen doch noch mehr. Ach so. Obwohl, eigentlich ist es Schwachsinn, wenn wir dann später sowieso das andere bauen können. Oder? Was für ein anderes? Ja, das wo du dann so Blumenfelder hast. Ach so. Ich dachte schon, gibt's noch was größeres als diese Blumenboxen da? Ja. Ja. Nee, ich mein auch so, wo du so Blümche reinsetzt, wo einfach nur da stehen und nix tun. Sowas wie jetzt wir gerade draußen stehen haben, nur halt in größer. Ohne Blumenverteiler. Das mein ich. Nee, nee. Das ich mein im Verteiler. Das ist schon das höchste der Gefühle. Ja, aber die anderen sind effektiver. Ja, das sowieso. Das wär aber traurig. Wenn's anders wär. Ja. Silithium. Magnesium. Oh Gott, unser Magnesium war ja leer gewesen. Wir brauchen dringend mal den großen, den Level-2-Bohrer. Ja. Jetzt hab ich mein Kobalt weggetan, ich Idiot, ne? Das will mehr Aluminium rauszwiebeln. Ich hab nämlich grad zweimal, äh, Superlegierung gefunden. Und kann nur... Jetzt haben wir nicht trotzdem für fünf Stück weiter. Mach das. Oh, da ist ja noch eine Kiepsche. Soll ich warten, bis du fertig bist? Mit dem Start der Rakete? Ja, ich glaub ich hab noch nicht gesehen, wie eine hochgeht. Doch, hast du doch schon. Ja? Ja? Du kannst ja fallen. Kannst du auf dem Platz der Rakete, wo die startet, mal was drauf bauen? Irgendeine Kleinigkeit, die Kiste oder sowas? Äh... Äh... Weil ich würde das zu gerne mal im Let's Play zeigen, wie die abgeht, wenn da irgendwas blockiert ist und du dann Ding losschicken willst. Ich weiß gar nicht... Wenn die dann hier durch die Gegend zwiebelt. Ich weiß gar nicht, wo ich das hinbauen soll. Meinst du da genau da, wo die hingebaut haben? Ja, da wo die Rakete startet. Du weißt ja, was die hingebaut haben? Ne, da lagen Felsbrocken. Bei mir damals. Ach so. Und da sind die eskaliert. Äh... Ich kann eine Kiste hinbauen. Ne, geht nicht. Och short. Och short. Dann muss dann auch irgendwie... Huiiii. Ich dachte, man könnte das ein bisschen gezielfältigen. Und tatsächlich von hier oben zuschauen. Oh, warte. Ist sie wieder unten? Und welch ist sie? So. Doch, jetzt aber. Okay. Genug. Huiiii. Eine Rakete. Tschüss. Ich sollte hier weg. Ja, du solltest da auf jeden Fall nicht stehen bleiben. Wir müssen unbedingt Glaswände machen. Ja. Was brauche ich denn da dafür? Für die Glaswände. Das geht. Haben wir überhaupt schon welche? Klar. Bodenmodul Fenster. Aufwand und Eisen. Können die einfach. Ach genau, Eisen fehlt. Ich hab alles gesammelt, bloß kein Eisen. Eisen hab ich hier jede Menge einstecken. Oh, dann gib mir mal. Ich bräuchte noch vier Stück. Ich tue es mal hier in die Kiste. Oh, Kiste. Ganz schön. Huiii. Gut, dass es keinen Schaden gibt hier. Kein Gebäudeschaden. Oh ja. Dann wäre nämlich unser Raketending schon am Arsch. Da wäre unsere komplette Base wahrscheinlich schon am Arsch. Ja. Wenn ich bedenke, was... Wir hatten ja auch schon die Steinbrocken hier in unserer Butze drin. Ja. Jetzt müsste ich eine Rakete hier starten. Das wäre jetzt lustig. Ja, dann hättest du das jetzt mal gemacht. Jetzt hab ich ja Material für die Rakete nicht. Ja. Genau das ist das Problem. Außer du machst... Außer du versuchst mir... Du brauchst... Du brauchst eine Rakete. Also ein Dings. Genau. Toll die Information grad. Also so eine Rakete selber. Dreimal Kobalt und zweimal Superlegierung für einen Oran-Dings. Äh, warte. Kobalt. So, zweimal Kobalt habe ich? Dreimal Kobalt. Dreimal Kobalt. Ja. Dann brauchst du noch einen Uran-Stab. Äh, Iridium-Stab, zweimal Uran und einmal Superlegierung allein für die Raketenantrieb selbst noch. Iridium, zweimal Uran, ja. Was noch? Ja, Iridium-Stab, zweimal Uran und eine Superlegierung noch. Brauchst du für den Raketenantrieb und nochmal zweimal Superlegierung für die Rakete selbst nochmal. Wo ist die Kiste? Wo ist die Scheißkiste? Zwei... Zwei Iridium-Stab, glaube ich. Hallo, jetzt geht er hoch. Nein, ein Iridium-Stab. Brauch ich nur einen Raketenantrieb? Ja. Ah, okay. Okay, dann habe ich alles, glaube ich. Ein Uran kann man so oder so immer noch brauchen. Alleine für die Elektronik später. Also für die... Toll, ich komme nicht ans Ding ran jetzt. Was war das für ein Ding, ist das da? Okay. Ach, die erste ist es. So, und jetzt eskalieren. Hui! Bei mir steht es noch da. Yay! Fliegt etwas schief. Bei mir steht es noch da. Hä? Ja. Okay, bei mir fliegt die gerade ein bisschen Schäpp in die Luft. Nö, bei mir steht es noch da. Es ist klar, dass sie nicht rumgefallen ist. Aber sie fliegt nicht gerade hoch. Sie macht... Sie hat eine Kurve gemacht und fliegt jetzt quer über den Planeten. Solltest du da weggehen? Geh weg! Wieso? Achso, ja. Jetzt fliegt sie. Hui! Und ins Wasser rein. Bam! Und das sehe ich jetzt leider nicht. Das ist bei mir da hinten im Wasser. Ich muss mal Luft holen. Das sehe ich jetzt leider nicht. Aber meine Randbrüche sehe ich. Oh, jetzt ist sie weg. Schade. Egal. Also bei mir war es da hinten im Wasser gelandet. Erstmal gegen Felswand gedonnert und gegen Wasser gelandet. Ich liebe das Bett, die so eskaliert. Oh, Alter. Was? Ob ich hier in einem Fels drumherum in Sicherheit bin? Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Wahrscheinlich werde ich eher verhungern und sonst irgendwas, weil ich hier nicht mehr rauskomme. Ich jag mal noch eine hoch. Warte. Lass mich erst mal aufsammeln hier. Die soll mal richtig eskalieren hier. Nicht nur so ein bisschen quer sich hinstellen. Ah, jetzt komme ich wenigstens hier dran. Ah, ich bin neben der Rakete. Bist du bereit? Ja, ich stehe hier unten. Komm, fahr um. Jetzt hängt sie in der Luft. Jetzt bleibt sie schweben. Ja, bei mir hängt sie halt wieder schief. Jetzt fliegt sie bei mir auch irgendwie da hinten gegen den Hügel. Boing! Bei mir hängt sie nach oben. Jetzt bin ich ein paar mal gedreht. Bei mir hängt sie jetzt immer noch am links. Und gegen die Felswand. Macht den Kopfstand. Und fällt um. Hui! Und weiter geht. Jawohl. Jetzt ist sie frei. Und liegt am Boden. Gegen unser Biodom. Ich bin bin. Und jetzt siehst du da. Ich lieb's. Jetzt ist sie dispawned. Jetzt habe ich unsere ganze Superlegierung verballert. Aber das war's wert. Ich weiß nicht, dass wir beide jeweils was anderes sehen. Ja. Ich glaube, wenn da nichts passiert mit Umfallen und Wegfliegen, sehen wir einfach immer beide das Gleiche, dass die Kerzen gerade einfach hoch fliegt ohne Probleme. Aber wenn dann halt was unten drunter liegt und sie umfällt, dann wird klar, dass wir beide nicht die gleiche Rakete sehen. Ja. Ja. Na hey, das haben jetzt jede Menge Uran. Das ist doch was Tolles. Ja. Dann dürfen wir ja dann gleich mal loszischen und dürfen alles einsammeln. Ich habe schon ein bisschen was gesammelt werden, das du denkst gerade eben. Ich traue mich nicht mehr raus. Dass ich hier den ersten abkriege, wenn ich oben stehen bleibe und die beobachte, ist mir klar. Damit rechne ich ja. Das weiß ich. Aber ich darf ja auch nicht mal so draußen draußen stehen. Ich krieg ja ständig aufs Maul. Da sitzt und ich renne durch die Gegend und krieg dich einfach was ab. Oh, es liegt hier auch mit den ganzen Dingen. Ja, hier liegt auch noch eine ganze Menge. Und da, wo wir noch nicht eingesammelt haben. Mhm. Material für neue Raketen. Hilfe! Wo bin ich? Ich komme nicht mehr weg. Jetzt. Und dann einfach nur einfach. Oder ersticke. Das wird eine Weile dauern. Aktuell. Wieso? Aber hier geht die Stelle runter. Vollwind. Achso. Ja, ersticke den Tuchzusteller. Ja, immerhin. Noch. Noch. Was? Seid ihr schon alles aufgesammelt? Ja, da hinten war ich schon. Ich weiß nicht, wo sonst noch welche eingefahren sind. Hier vorne und meistens bei dem Raketending selber noch. Hier ist noch. Ja, da kam ich noch nicht überall dran. Da waren wir noch Steine. Einen hab ich gerade aufheben können. Unter Wasser. Müssen wir mal gucken. Gucken. Irgendwo was... Oh ja, ich sehe da was leuchten unter Wasser. Oh, aber mein Sauerstoff ist gleich weg. Oh, da liegt eine ganze Menge auch noch weiter hinten. Ja, ich sehe es. Ich bin auf dem Weg. Jetzt. Schnelle. Also Uran haben wir aber definitiv noch. Ja, da haben wir jetzt ganz schön was zusammen. Ein bisschen zumindest. Bist du auf dem Weg, jetzt andere hinten zu holen? Ja. Gut. Dann brauche ich nicht. Ich bin ein kleiner Delphi. Lass mich noch mehr dahinten. Nö, nö. Kannst du auch so aus dem Wasser springen? Ja, guck. Wupp. Wow. Wupp. Wupp, wupp. Wupp, wupp. Kann ich machen. Ist hier noch was? Oder ist das nur diese großen Leuchten? Schatz, wenn ich den nicht einsammeln kann oder klein machen kann. Das wäre cool. Ja, das fehlt dir irgendwie. Vielleicht kannst du da einen Bohrer draufsetzen. Das wäre geil. Aber ich glaube, es ist eher weniger. Oh, jetzt ist aber unser Uran voll, ne? Ja, dann machen wir Uranstab. Brauchen wir definitiv noch welche. Ja, stimmt. Eins, zwei, drei. 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 Ich komme gleich erstickenderweise nach Hause. Okay, zaufe dann plötzlich vor mir auf und ich kriege wieder einen Herzinfarkt. Sauerstoff niedrig. Du-li-li-du-li. Sauerstoff kritisch. Sauerstoff nicht mehr vorhanden. Sauerstoff kritisch. Sauerstoff nicht mehr vorhanden. Sauerstoff nicht mehr vorhanden. Hi. Ach, Mist, ich war fl clique zu weit hinten. Ich wollte direkt vor hier stehen. Hat nicht so ganz funktionieren, die stand hinter dir. Ich muss auch noch Wasser anstatt machen, sonst haben wir zu viel. So, wall stand? Jetzt brauchen wir wieder Suppenlegierung, ne? weil ich alles verpulvert hat ich muss machen ich wollte ja machen einen Maschinenoptimierer dafür brauche ich Schwarzpulver und Oranstab was sehr verfordert ist, wir haben Oranschwebe Schwarzpulver ist oben im Büro das ist schön, dass es im Büro ist 2 mal Schwefel und Iridium für ein Schwarzpulver ich weiß 1, 2, 3, 4 ich mach mal 2 Stück was? von den ähm verstärkern ok ich weiß nicht, ich denke mal, dass sie sinnvoll sind, oder? ja, ja ich hab schon ich hab schon warte, warte, warte bitte danke Schwanzpulver ey was denn? noch nie einen Tierschwanz gesehen, oder was? Schwarzpulver das ist ein da drinnen das knurrt dich schon an ja, aus Tierschwänzen kann man auch Pulver machen ja ja, das geht ja, muss aber nicht sein ist in Asien sehr beliebt ja, muss aber nicht sein ne, muss nicht unbedingt sein, aber andere Kultur halt, ne? die Torn ne, äußen äußen wo setzt sich die jetzt hin, ist die Verstärker? was? wo setzt sich die Verstärker jetzt hin? zwischen die Maschinen die haben dann alle so einen Umkreis und alles, was in diesem Umkreis ist, wird dann verstärkt also zum Beispiel hier zu dem Bohrer da ja, wenn du, wenn du so'n, ähm so'n Luftdruckverstärker Dingens hast du hast ja verschiedene du hast einmal für Sauerstoff du hast einmal für Energie du hast einmal für die Produktion und je nachdem, was du halt haben möchtest da stellst du das zwischen die Dinger und du hast das passende rein wo haben wir die jetzt hin? ich glaube, ein Geräte Sauerstoffmultiplikator und nochmal Sauerstoff wir haben zwei Sauerstoffmultiplikatoren ja, dann musst du die zwischen den Blümerschen setzen zu den Blümerschen setzen zu den Blümerschen und da siehst du, wenn du das bauen willst so'n Umkreis drumrum so'n Kringel drumrum und alles, was innerhalb von diesem Kringel ist wird verstärkt das Ding sieht irgendwie fröhlich aus ich weiß nicht mehr rum was für ein Ding? ja, das Teil guck, du siehst hier die Arme ja achso ja, der rekt die Arme die hat sogar Augen und ne Nase so, guck wenn man den Blickwinkel etwas verändert ist er entweder fröhlich oder so'n bisschen äh, guck da so'n bisschen wie ein Depresso ja also, wenn du hier wenn du hier die Augen nimmst ist er fröhlich und wenn du hier die Augen willst ist er genervt man ist hier oben die ist er fröhlich, da oben die oder? ne, die da unten in dem schmalen Ding in dem schmalen Ding? ja, in diesem schmalen Stück da unten ein Stück oberhalb von den von den Ärmchen da sind die da sind die Augen nicht quer sondern hochkant da ist er fröhlich da sieht sie aus wie ooooh ja und da ist er oben drüber da ist er so'n bisschen mhm ja da oben ist er ja so mäh da unten auch so mäh ja er ist so der ist der ist viel gespaltet der weiß nicht was er will ja der hat ne gespaltene Persönlichkeit ja und hier wenn hier unten hast du auch mal Augen guckt nur zwei Stück hier Moment da zum Beispiel und den Mund hä 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 mir ist schlecht hä hä da hat er die Arme aber ganz schön weit oben ja ich brauch nochmal Schwarzpulver ich brauch nochmal Schwarzpulver ich brauch nochmal Schwarzpulver ich brauch nochmal Schwarzpulver ja ich hab trotzdem Wasser abgeholt ich will Schwarzpulver haben du musst auch mal das Wasser abholen wenn ich das nicht sammeln würde dann würde das die ganze Zeit blockieren oh unser Essen ist auch wieder fertig wir hätten im Übrigen keine Raketen craften müssen was wir hätten im Übrigen keinen Raketenantrieb craften müssen ach hatten wir noch ja ah ja wir werden die sowieso immer wieder brauchen und zwar häufiger als dir lief es ich hab wieder geerntet ok wir haben den Bohrerstuf vier ja noch aber da brauchst du sechsmal Superlegierung wo soll man das alles herkriegen ich weiß es nicht ich hätte gern was zum erkunden oder dann hol doch mal ein bisschen mehr Obsidian was willst du Obsidian oh ja könnte ich eigentlich machen wenn ich wieder hinfinde einfach den Punkten die wir da haben ich hab mich doch wieder gefressen wollte ich doch gar nicht so dann nehme ich aber Essen und Trinken mit ich mach ja noch Kobalt da gut Hust 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 ja 1 2 3 du bist ein Eu 1 2 in uns und ist real für ein Nestbau äh Nestbau ja bau dir ein Nest so Nebelloch Osmium ich würd sagen da ich hab doch ein Ding da genau Lava da ist es ich hab irgendwo hatte ich doch das Ding hingebaut gönn dir viel Spaß oh warte mal ist da vielleicht schon wieder ein Wasserfläschchen gesporen da muss ich gerade ja da muss ich keins trinken dass ich noch einstecken hab und mitnehmen möchte Lava ich komm viel Spaß danke bitte vielleicht finde ich ja was Neues dann ruf mich dann ruf mich ja du bist ganz ja eh nicht vorbeikommen na doch du bist ja du bist am Arsch der Welt das braucht ja Ewigkeit du musst ja ewig warten ach das schaffe ich schon ich beeil mich dann ja da bin ich mal gespannt so ein Jahrhundert weißt du zwischendurch noch dreimal verreckt weil sie die Entfernung einfach unterschätzt na Quatsch ich schaff das alles hier liegt übrigens noch Eis echt ja hier liegen ich rette das mal macht was hier liegen zwei Böppel Eis kommt denn das dahin naja es ist hartnäckiges Eis hartnäckiges Eis aufsicht nicht Rinde 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 Hallo Osmiumhöhle hallo hallo ja spätestens dann wenn wir wenn wir den nächsten Dings bekommen den nächsten vom Sass Strom Generator haben wir jede Menge Superlegierung danach weil so viel wie der braucht braucht der zweite der nächste nämlich nicht mehr aber das dauert noch aber nicht mehr so lange wir brauchen noch Luftdruck Luftdruck das heißt rein theoretisch müsste ich noch einen Bohrer bauen aber wenn ich jetzt einen Bohrer bauen haben wir keinen Strom mehr das heißt vorher müsste ich noch Strom bauen das heißt ich bräuchte neunmal Superlegierung ich glaube ich habe hier ein Dorf gefunden was wo in diesem Knochengebiet in diesem Grauen vor dem Nachtgebiet Moment ich komme da ist eine Stelle da sind zwei zwei Kapseln zwei zwei so Wohnblöcke wo nicht von uns sind jede Menge Bohrer die nicht mehr funktionieren und und ne Leiter nach unten und ne Rettungskapsel wo keiner drinne ist dass da nichts zu essen und zu trinken dabei ist aber mir scheißegal mit meistens nicht ja geil das kenne ich auch noch nicht what the hell nur nur zwischen dritten Luft in einem anderen Gebiet erstmal hier erstmal hier ein Stängelchen bauen also okay das klack falsch ich habe ein Stängelchen aber das gehört nur mir das ist ja mal ein Stängelchen das ist eine Stange dann kannst du ja mal die Erde rahmen aber das würde viel bringen ne das würde glaube ich nicht viel bringen außer dass es weh tut oh Mensch ich brauche noch mal Aluminium so ich bin jetzt im Gebiet vor dem Nachtgebiet das ist vor dem Nachtgebiet du bist wahrscheinlich dann da zum Lava-Schiff oder? äh genau ich bin ich bin durch die Höhle unten durch dann eigentlich dem Wegpunkt entgegen und habe dann irgendwann mal nach links geguckt und da habe ich dann oben auf dem Hügelchen so einen Bohrer stehen sehen und dachte mir gehst du mal gucken und dann habe ich das gesehen ich sehe dich jetzt nicht mehr mann ich brauche auch einmal eine Alu dass ich so ein Ding bauen kann aber ich habe keinen Alu ich finde auch gerade keins ist da vielleicht was drehen ne oh hier ist sogar ein Dingens Centennial wir kommen auf deinem zugewiesenen Planeten deine Mission ist es den Terraforming Prozess der Welt erzeuge dazu Sauerstoff Wärme und Luftdruck erreiche zuerst 175.000 TI und erschaffe eine blaue Atmosphäre also der hat dieselbe Nachricht wie wir aber er kam scheinbar nicht sonderlich weit er hat es versucht was ich noch heiße finde alle die wo hier terraformen dürfen die können den Untergrund bauen warum wir nicht da hallo ich will auch im Untergrund bauen kann man die abbauen und neu bauen ne das habe ich auch schon versucht die kannst die sind halt einfach Deko oder sowas auch die Kapseln kannst du nicht abbauen nur die türen nur die türen genau aber wie geil das kenne ich noch gar nicht ich auch nicht ich dachte immer ja mein gott hier ist es halt leer hier ist sonst nix brauche ich mir nicht die mühe machen hätte ich es mal gemacht na wobei gut dass ich es nicht gemacht habe hier sind hier sind sechs superligierung in der kiste bist du jetzt unten oder was ne 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 oben da war noch so eine kapsel mit mit einem äh sag was hast du mal trinken für mich da hast du nur eins dabei ich habe nur noch eins aber warte ich habe gerade getrunken nimm halt dann verdurst ich halt mein gott blub danke jemand weg achi unten das und wir sind bei 30 minuten kommen wieder her moment ich bin dann die kiste bauen hier oben da kann ich die nächsten bohrer bauen aber vorhin muss ich wirklich erst mal ein dicks bauen kann man wirklich nicht unten bauen ich finde das voll dumm ich finde das voll fies dass die NPCs die hier noch gelandet sind außer uns dass die hier im untergrund bauen dürfen und wir nicht kommst du rein moment also hier in luftigen hallo hi so würde ich sagen vielen dank fürs zuschauen wir sehen uns in der nächsten folge wieder und ciao tschüss